Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Double Iron. Er hat ja gesagt, er will jetzt doch meine Quests machen. Der steht schon da oben rum. Ich habe noch ein bisschen bis dahin zu tun. Außenposten der Legion, da war aber kein Schnellreisepunkt. Das heißt, wir rennen einfach mal weiter bis zum nächsten. Und ja, wird ein bisschen dauern. Okay. Naja, du brauchst ja halt Level ab, halt in der ersten Linie erstmal. Ja, ja, genau. Das wäre halt erstmal sehr, sehr wichtig. Und ja, da kann man auf jeden Fall bei den Quests halt auf jeden Fall nochmal weitermachen, ne? Genau. Krummsche Lux. Riesenspinnen rennen hier rum. Okay. Die hast du ja noch gar nicht gesehen. Ich glaube, hier in der... Oder warst du hier in der... Ne, hier in der Ecke waren wir alle beide. Nee. Hier? Nicht? Weiß ich nicht. Ich werde mich mal bis nach Attica vorbegeben und gucken, dass ich von da eventuell eine Schnellreise irgendwie ein bisschen weiter hochnehmen kann. So. Müssen wir mal gucken. Ich kann natürlich nicht versprechen... Ja, du könntest. Weil du könntest halt... Hat es sich, glaube ich, unten im Hauptquart hier gebunden. Wenn du jetzt Rückkehr machst, könntest du halt wahrscheinlich hier hochfliegen. Hatte ich? Warte mal. Ich hatte... Ja, genau. Stimmt. Ich hatte. Ähm, dann muss ich aber erstmal meine Viecher abhängen, die mir hinterher rennen. Das sind ein paar. Das wäre vielleicht sogar das günstigste. Toll, die jetzt kehrt er um. Gut. Gut. Na, nun machen wir das mal und probieren das mal. Ähm, hab natürlich wieder die schnelle Rückkehr genommen, weil ich einfach imbar bin und immer die Zeit habe für schnelle Rückkehr. Weil das muss so sein. So. Hm, hm. Sind ja nur noch fünf Sekunden. So lange können wir auch warten. Ach, Quatsch. Was sag ich? Okay. Ist nur noch null Sekunden. Yay. So, da sind wir. Das ist doch fein. Äh, jetzt muss ich mal gucken, wo war denn hier der blöde Teleporter? Noch ist nix da. Hallo Leute. Ladet mal. Ah ja, jetzt kommen sie langsam. So, Obelisk. Okay, äh, Soldaten. Die laden aber heute langsam. So, zum Legionsdorf. Ach so. Liegt, liegt alles an deinem Rechner. Wird langsam alter der Rechner. Teleportieren, nee, es wird an der Verbindung liegen. Ich laden den Bein hoch. So, nee, das ist der. Hier den Teleporter, wenn dann, ne, wahrscheinlich, oder? Was lädst du denn hoch schon wieder? Fallout. Was sonst? Echt? Ja. Immer noch. So, jetzt bin ich richtig. Ich kriege, äh, zur Legion des Neubeginns komme ich. Das müsste da ganz in der Nähe sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja, genau. So ziemlich. Ich warte schon. Ja. Ganz geduldig. Aber ich senke mal die Uploadrate ein bisschen, damit ich ein bisschen mehr Bandbreite zur Verfügung habe. So sollte besser klappen jetzt, ne? Da, wir fliegen. Schön. Kannst du die Uploads nicht nachts machen? Könnte schon, aber... Wurzu denn? Die Leitung ist ja normalerweise schnell genug. Hm, okay. Wie lange dauert das Video jetzt mittlerweile bei dir eine Stunde? Es kommt auf, äh, aufs, äh, Video an. Also, äh, so ein, ähm, Entschuldigung. So ein, äh, so ein Fallout-Video, normal ist halt. So ein 15-Minuten-Video, normal, äh, dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Ähm, ähm... Doch, nur eine halbe Stunde? Ja, ja. Es kommt halt auf die Uploadrate an, wann ich dann aufnehme und wann ich hochlade und so weiter und so fort. Okay. Und wenn ich nebenbei rendere, lade ich natürlich nebenbei hoch. Äh, nein, rendere tue ich jetzt nicht, aber, äh, ich nehme halt nebenbei auf. Und gerade eben habe ich gerendert, dass es jetzt pausiert. So. Hm. Und, ähm, naja, wie gesagt, macht das halt nebenbei mit. Und, äh, wie gesagt, eine halbe Stunde, ähm, bei den normalen 15ern Fallout jetzt, dadurch, dass ich da erstens die Bitrate ein bisschen hochgesetzt habe, weil... Sollte man bei Shootern ja immer ein bisschen machen, ähm, dass, äh, dass die Bitrate ein bisschen schneller ist, das heißt, ein bisschen mehr Bewegungen zu erkennen und so weiter und so fort. Ähm, Entschuldigung, muss ich erst mal husten. Warum auch immer dieser blöde Husten wieder herkommt. Ähm, naja. Ähm, und, ähm, entsprechend ist das Video ein bisschen größer als die Originale. Ungefähr 2 Gigabyte ein Video. Ähm, dadurch, dass die Dinger auch ungefähr 20 Minuten laufen statt 15, ähm, braucht das ein bisschen länger. Also, da ich ungefähr 1 Gigabyte Videos vorher hatte und jetzt 2 Gigabyte Videos, könnt ihr ja sagen, statt einer halben Stunde brauche ich halt eine Stunde für eins. Aber ich dachte mir bei einem wirklichen Action-Baller-RPG, wo es, äh, wo es ein bisschen drauf ankommt, das sollte ich schon ein bisschen hochsetzen. Hm, okay. Okay. Machst du das jetzt nur am Anfang oder, ähm, willst du das versuchen? Das mache ich, das halte, natürlich, wie gesagt, wenn ich einmal so anfange, dann mache ich das auch bis zum Ende durch, weil, zumindest bei dieser Playlist, also, beziehungsweise, zumindest bei dem Spiel, bei, äh, bei Fallout wird es gemacht. Alle anderen Spiele gingen ja auch so, Rollenspiele normal hier, wie gesagt, da ist es, ähm, nicht ganz so schlimm. Und die Qualität ist ja trotzdem sehr gut. Aber, ja, wie gesagt, bei Fallout ziehe ich das so durch. Okay. So, hopp. Ich habe übrigens gehört, Fallout 170 Spielstunden hat da einer drin verbracht. Ähm, der hat ja den Vorab-Presse-Version, ja, der hat von der Vorab-Presse-Version gespielt. Und, ähm, entsprechend hat er das Ding schon durchgezockt und, äh, hat quasi Reviews, äh, Betests und so weiter und so fort habe ich über einen, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Kanal das war. Ähm, jedenfalls haben die das so gezockelt und gerockelt und, ähm, ja, darüber ging das dann halt. Und, ähm, die Vorab-Version, wo bist du denn? Da hinten bist du. So, und die Vorab-Version, ähm, die, ähm, haben wir, hat er halt 170 Spielstunden da durchgezuckt. Das sind gar nicht mal wenig. Ne, das auf jeden Fall nicht. Na, man kann halt auch... Hey, gut, dann weißt du schon, wie viele Parts dich erwarten, ne? Ja. Oha, die sind ja... Das wird ein bisschen was. Oha, die sind ja... Elite. Ja. Dann ist das vielleicht doch keine gute Idee. Ja. Vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob das alle sind. Oder halt, äh, nur die paar, die hier da sind. Wer weiß das schon. Tank du mal. Ich, ich hau mit drauf, ja. Bam. Müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir jetzt die richtigen erwischt haben. Ich glaube nämlich fast nicht. Ähm, ich hab jetzt drauf geachtet. Scheiße. Wie viele von denen brauchen wir denn? Zehn. Na, das geht doch noch. Sind doch nur zehn. Also gehen, tu, tu das, ne? Aber es dauert halt seine Zeit. Ja, ich weiß. Krass. Wir müssen, wir müssen die Monster schon gut was geben. Ihr habt ein unglückliches Ziel ausgewählt. Ja. Es geht schon noch, ne? Gibt's eventuell welche, die nicht Elite sind? Das ist ne gute Frage. Oh, warum machen die hier sowas, Mann? Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Muss halt auch mal sein. Gibt's hier eigentlich dafür? Ah, ne Mitri-Medaille. Ah, okay. Hab ich überhaupt einen bekommen? Dann ist das deswegen. Du müsstest ja die Questen haben eigentlich, oder? Ja, normalerweise schon. Ich bin mir sicher. Aber, ja. So sicher bin ich mir dann auch wieder nicht. Kennst mich ja. Ne, teilen konnte ich sie nicht. Na, dann müsste ich sie haben. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet, ob wir, äh, von wegen was kamen. Ich denke auch. Oh, wir haben hier ein Problem. Zwei kann ich nicht tanken. Wieso holst du zwei? Ne, der ist nur einer. Aber der andere kam relativ bedrohlich. Genau. Aha. Ja, ich weiß nicht, ob es sich das hier lohnt, muss ich sagen. Das ist eine schwierige Sache. Du siehst schon, wie lange wir hier rumkloppen. Ja, ja. Aber, wie gesagt, es muss halt auch mal sein. Erstens, zwei haben wir doch schon fast. Du willst immer nur schnell, 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 schnell. Und seid doch froh, dass wir mal ein bisschen Zeit mit was anderem verbringen. Ich meine, im Bash kloppen wir auch ein bisschen auf die Mobs. Und das ging ja offensichtlich auch. Und ja, ich weiß, ähm, die Zeit, ähm... Gibt es mehr XP? Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt mehr XP und so weiter und so fort. So hast du mehr aus der Zeit rausgeholt. Aber hey, man muss doch auch mal ein bisschen chillen. Nicht immer nur auf die XP. Nicht immer nur XP-geil. Auch mal ein bisschen chillen. Ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Ach, ich will ja das Bestmöglichste zeigen. Komm, können wir schauen mal, wie wir noch was anderes finden. Vielleicht, wenn wir jetzt nochmal ein Stück weiter gehen oder sowas in die Richtung, vielleicht sind die ja dort nicht mehr so Elite. Oder sind die überhaupt nicht Elite? Sind die nicht mehr so Elite? Gibt es sowas in Aion? Das ist das falsche Ziel. Die sind zum Beispiel einfach. Die sind genau richtig für mich. Ja, das dachte ich mir. Na, die haben aber nichts. Hier brauchen wir die Dornen-Zipetos zum Beispiel. Die brauchen wir. Na siehste, die sind auch nicht mehr so Elite. Nee, die sind auch nicht mehr ganz so Elite. Da hast du recht. Und von den anderen brauchen wir ja auch nur noch zwei oder so. Äh, acht. Also zwei haben wir aber. Acht braucht man doch. So, da drüben ist noch so ein Donner. Und da ist noch so ein schwarzverlössener Teil. Der ist, ähm, auch. Die werden auf jeden Fall Elite sein, denke ich, ne? Die Dinger. Ich denk's, ich weiß es nicht. Ich geh einfach mal hier runter. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Weil ich guck mir den nochmal an. So, von Weitem. Jetzt weiß ich auch, wo ich gucken musste. So, Elite, jawoll. Stufe 2. Ja, den Schuppenwaran brauchen wir. Also wir werden auf jeden Fall einmal, werden wir wahrscheinlich die Questen machen. Und dann beim zweiten Mal haben wir uns ja was überlegen müssen. Ich denke, hm? So. Aber so haben wir zumindest auf jeden Fall mal ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall nochmal mit reingebracht. Genau, und das ist ja auch wichtig. So. Oh, pass auf auf deinen HP. Ja, ja. Ja, der Schamade, der klopft ganz schön. Hm. Der drückt mir schon ein paar Schellen rein, der Freund der Sonne. Ui, jetzt haut er mich. Er haut mich. Er haut mich. Jetzt haut er nicht. Er haut dich. Er haut dich. Da ist er weg. Oh, guck mal an. Brauchen wir auch. Ja, ja. Brauchen wir auch. Alles gut. Genau. Hä? Haben wir. Hä? Den einen haben wir gar nicht bekommen. Ja. Und den da oben? Also wir brauchen hier schwarzflossen Schamanen und schwarzbrachen. Den Waran haben wir nicht bekommen. Achso. Dann vielleicht hat er nicht gezählt, weil er nur als Haustier war. Die Grünen Dornen Dionale. Ja. So, hopp. Ja, stimmt. Ich sehe es. So, da ist noch so ein Cipeto. Ja, genau. Achso, du nimmst den. Der geht auch. Ach, du hast ja auch noch einen anderen. Ne, da drüben stand einer, ja. Hier, da. Wir mussten nur kurz abwarten, bis der Heini da weg ist. Fall um. Dankeschön. Hat er doch schon gemacht. So, die Cipetos haben. Ist doch alles cool hier. Genau, die Cipetos haben wir voll. Nur noch die Dionys und wie sind die, ach, die Barane noch, genau. Wie, wer hat denn jetzt gewirrt? Ich. Ein Skill bei mir. Achso. Du kannst Viren. Ja. Ich dachte mir schon, dass du irgendwie mit einem Pferd verwandt bist. So, was wollen wir noch eigentlich? Wir bräuchten hier unten, hier hinten wären die Schuppen. Guck mal, da hinten, da macht einer Pause. Mächtigster Ion, äh, Eloi, Chuba, Chubbs, Kuh. Chuba. Chuba, Chubbs, Kuh. Chuba, ja genau. Viel Leben hat er jetzt aber auch nicht, ne? Ne. Macht er die Dinger auch eventuell? Gute Frage. Ich heile den einfach mal. Ja, genau. Ja, der ist Level 65. Ja, könnte jetzt durchaus sein. Ah, so viel kann ich bei dem gar nicht hochheilen. So. So, eine gute Tat. Genau. Wird selten belohnt. Hm, genau. Na gut, der wird die dann halt für die Mitriee-Medaillen halt machen, ne? Ja. So, ich wurde übrigens gefragt, wo wir unsere Rüstung her hatten. Ich hab das schon glatt vergessen. Ähm, das war Inki Son, ab Level 55 halt. Ah, so. Also, falls du zuhörst, Inki Son, ab Level 55, da kriegst du unsere Rüsi. Ich glaube, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, bei einem dann der Vorsteher war das, glaube ich, eine blaue Quest gewesen. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Set eigentlich nochmal? Ähm, muss ich gleich mal gucken, ob es ist gerade im Kampf ein bisschen schlecht, ne? Die waren ja ein Stofftuniker, okay. Oder Leder-Tuniker oder was man da rum hat. Ja, genau. Ich glaube, wenn man das googelt, wird man dann auch relativ schnell fündig werden, denke ich. Jaja, genau. Google hilft dir immer. Das ist kein gütiges Ziel. Man muss nur googeln können heutzutage. Genau. Am besten, wenn ihr das eingibt, immer googeln. Also, wie gesagt, ihr braucht zum Beispiel die Devanium-Leder-Tuniker. Googelt einfach mal Black Mask, Let's Plays und sowas. Mhm, genau. Hauptsache, ihr findet mich alles andere unwichtig. Haha, da bin ich gar nicht so. Außerdem, wenn sie jetzt deine Stimme hören, dann haben sie ja gegebenenfalls dich wahrscheinlich schon gefunden. Ja, aber es reicht ja. Sehr wahrscheinlich. Es schadet ja nicht, wenn sie mich öfters finden. Je öfter ich gefunden werde, desto besser. Oh, ich glaube, wir kriegen... Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Hau einfach drauf. Wird da eine geheilt oder was ist... Der hat mir den echt zu wenig runter. Oh. Oder habe ich aus Versehen den Tab gewechselt? Nein, habe ich nicht. Der eine ist doch halb runter. Jo, halb. Oh mein Gott. Warte, 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 schnell, 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 schnell. Hau ab. So. Au, jetzt haut der mich. So. Fall um. Wo bist die? Okay, den haben wir. Äh, den nächsten kriegen wir auch noch. Ja. Und ich würde sagen, wir wenden hier einfach mal die Folge und kloppen den einfach gleich nochmal weiter. Ja, genau. Und es dauert so ein, zwei Minuten, bis wir den hier fertig geklopft haben. Wink, die lassen wir halt ausnahmsweise mal aus. Geh, ja. Aus naheliegenden Gründen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis denn, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.